Liebe Essenerinnen und Essener, auch bei uns entwickelt sich das Infektionsgeschehen rund um das Coronavirus rückläufig. Seit mehreren Tagen liegt der Inzidenzwert nun bei unter 100. Das ist eine gute Nachricht, denn es zeigt uns, dass Sie jeden Tag dazu beitragen, dass wir hoffentlich in immer größeren Schritten aus der Pandemie kommen. Ab Freitag gilt in Essen damit nicht mehr die bundesweite Corona-Notbremse, sondern die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Einhergehen damit auch Lockerungen. Die Ausgangssperre beispielsweise entfällt ab heute Nacht 0 Uhr und es sind auch wieder mehr Kontakte erlaubt. Ein Hausstand plus eine weitere Person sowie maximal fünf Personen aus zwei Hausständen. Kinder bis 14 Jahren werden dabei weiterhin nicht gezählt. Es sind aber auch weitere Lockerungen in Essen möglich. Die Außengastronomie kann unter bestimmten Hygienevorschriften mit einem negativen Corona-Test für Gäste und Beschäftigte und natürlich eine Rückverfolgung wieder öffnen. Für Geimpfte oder nach einer Corona-Erkrankung genesene Personen gilt die Testpflicht nicht. Sie sind negativ getesteten Personen gleichgestellt. Gleiches gilt auch für Kulturbetriebe. Das Museum Volkwang stellt sich nach Terminvereinbarung ebenso wieder auf Besucherinnen und Besucher ein, wie unser Ruhrmuseum und auch unser Welterbe-Zollverein. Veranstaltungen im Freien sind sogar mit bis zu 500 Personen bei Vorlage eines negativen Testergebnisses wieder möglich. Auch im Sportbereich gibt es Lockerungen. Das Schwimmzentrum Kettwig und das Grugabad öffnen ab Samstag ihre Freibadsaison, allerdings nur im eingeschränkten Betrieb. Die Liegewiesen zum Beispiel können noch nicht genutzt werden. Und auch hier ist die Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses beim Eintritt erforderlich. Die Essener Sportanlagen öffnen wieder für mehr Personen. Gruppen von bis zu 20 Kindern und Erwachsenen können gemeinsam kontaktlos Sport ausüben. Kletterparks oder Minigolfanlagen dürfen ebenfalls wieder öffnen. Und wir starten unser Modellprojekt gemeinsam mit FITX. Unter besonderen Bedingungen und wissenschaftlicher Begleitung kann hier in den nächsten Tagen auch der Sport in Innenräumen wieder stattfinden. Für den Einzelhandel bedeuten die Lockerungen, dass zwar noch unter Vorlage eines negativen Corona-Tests und einer Personenbeschränkung, aber ohne vorherige Terminvereinbarung Geschäfte geöffnet werden können. Die Maskenpflicht in der Innenstadt und in Teilen der Fußgängerzonen unserer Mittelzentren bleibt vorerst bestehen. Wenn wir einen Inzidenzwert von 50 beständig unterschreiten, können wir auch darauf verzichten. Pünktlich zum langen Pfingstwochenende sind auch Übernachtungen in Ferienwohnungen oder auch auf unseren Campingplätzen wieder möglich. Der Hotelbetrieb startet zunächst nur mit eingeschränkter Kapazität. Ich wünsche Ihnen aber schon jetzt ein schönes Pfingstwochenende, ein schönes Pfingstfest. Bitte bleiben Sie gesund. Ihr Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen.